Das Thema Wohnen beschäftigt die Kommunalpolitik in Tübingen seit Jahrzehnten sehr intensiv. Wie schaffen wir es, Wohnraum auch für ErzieherInnen und Handwerker bezahlbar zu halten? Ich werde in Tübingen 5000 neue Wohneinheiten bauen. 50% davon, also 2500 im kommunalen und gemeinwohlorientierten Wohnungsbau. Nur so kommen wir raus aus der Preisspirale. Und das geht laut Stadtverwaltung ganz ohne den Seiben. Das ist zum einen durch die Entstehung neuer Quartiere, neuer Wohneinheiten. Wohnen heißt aber auch, die soziale Frage zu stellen. Wie wollen wir in Zukunft zusammen leben und für wen brauchen wir als allererstes Wohnraum? Eine riesige Gemeinschaftsleistung, die wir als Stadt stemmen können, denn gemeinsam sind wir Tübingen. Danke. Danke. Danke.